Genau, Maram. Du bringst dann die Suguk mit, oder? Die Sug-was? Die Suguk? Sugukwurst. Die mit Knoblauch. Die ist auch lecker, ne? Ah, Sucuk. Klar, kann ich machen. Ein bisschen feurig ist es schon, aber die schmeckt. Das stimmt. Geht. Du, bist du okay damit, dass wir dann das Frühstück morgen um 10 Uhr beginnen? Also ich weiß, bei euch in Arabien, ihr frühstückt ein bisschen später alle, ne? Ihr frühstückt da so gegen Mittag erst. Also nee, ich frühstücke immer in der ersten Pause. Das ist in Ordnung. Okay, kein Problem. Und was ist mit dem Chai-Tee? Müsst ihr das jeden Morgen trinken mit dem Frühstück oder geht das auch ohne? Also wir trinken das schon jeden Morgen, aber das muss jetzt nicht. Ja, Maram, das ist auch ein bisschen schwierig, sich da anzupassen. Das kannst du jetzt auch nicht erwarten, ne? Dass die ganze Klasse sich da so, ne? Also nein, wir müssen das nicht. Überhaupt nicht. Ja, aber ihr habt ja schon so ein bisschen so eine Extrawurst immer bei euch, was das angeht. Und ich meine, nicht die ist so gut.